Los! Für meine Unterstützer und Unterstützerinnen möchte ich folgendes anbieten. Dieses T-Shirt mit der wunderschönen Violine, ein handgemalter Etikett, Limited Edition und nummeriert, und grafische Bilder von mir, zum Beispiel hier der Musiker, dann ein Abtrakt, großes Bild und klarerweise, ich werde einen Spezialpreis machen für Sie. Dann hier ein Glücksei. Und das letzte ist hier dann, ist auch ein Fantasy-Bild.